Hallo und willkommen zurück zu Blasphemous 2. Ach, ich freue mich schon, da wieder ein bisschen durchzudüddeln. Wir haben... Moment! So viele Sachen nochmal durchzugucken, ne? Wir sind bei 41% mal gucken, wie es weitergeht. Meiner Meinung nach ein bisschen laut. Lass mich da mal ganz kurz... ...das mal zurecht rückeln. Wo wollen wir denn hin? Wir sind demletzt hier hochgelatscht. Eieieieieiei. Und haben da den einen Boss aus dem Leben gejuckelt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier unten noch was machen. Ich glaube, wir nehmen mal die Hand... ...und schauen, wie wir da rüberkommen. Wo sind wir denn gerade? Ah ja. Meiner Meinung nach immer noch ein bisschen laut. Aber das könnt ihr ja sagen, ob das zu viel ist oder nicht. Manchmal... ...übers... ...nicht übersieht man was, aber... ...manchmal wirkt das ein bisschen anders. Die Hand... ...die Map... ...so sehe ich das auch. Auch nur, dass wir glaube ich noch eins weiter... ...warte mal. Hat uns hier nicht... ...einfach nur der Double Jump gefehlt? Nein, das... ...da war hier... ...Double Jump und dann war das noch nicht genug, ne? Ich glaube, wir haben so ein bisschen... ...gerätselt, ob es... ...ja... ...ob es da dann vielleicht noch einen... ...Airdash gibt. ... 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 Sehnsämmel, ne? Haben wir noch irgendwas hier zu kaufen? Boah, Sehnsämmel. Ja, die Zeichen des Martyriums wären interessant. Auch um dann unsere Waffen und sowas noch ein bisschen aufzubessern. Wir haben zum Beispiel, äh, Beredicto. Können wir noch nicht weiter aufbessern. Aber das hier schon. Ganz einfach, weil wir hier die Stufe 2 schon, äh, bekommen haben. Was tut im letzten Moment? Ah ja, das ist also auch wieder hier rumgeblocke. Ah, der Blutpakt hat, glaube ich, Metal Gaia auch geschrieben. Haltet bei gefüllte Anzeige RB und X gedrückt, um Blutpakt zu aktivieren. Verstärkt alle Treffer von Rorrego Al Alba mit zusätzlichen Treffern, die Müchtigschaden verursachen. Ladet die Anzeige auf, indem er mit Rorrego Al Alba Schaden verursacht. Es hieß, wir, äh, können uns damit heilen. Was ist der purpurote Kriegstreiber? Ein Aufstieg. Und dann einen Wirbel. Okay, nee, lass uns das mal machen. Treffer während des Blutpaktes, regenerierende Gesundheit. Hmm. Okay, RB und X, da müssten wir halt die Waffe etwas switchen, ne? Also ich bin ja schon ein Fan von, von dem Teil. Das Problem ist, dass wir bei dem, diese, diesen Spezial-Move eigentlich nie benutzen, ne? Die Teile sind auch noch mal so eine Sache. Okay. Ab nach hier ohne. Ach, hier ist generell zu. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie wir hier vielleicht was machen. Das Ding haut halt schon rein, ne? Ja, wenn du weißt, dass hier was rausploppt, ne? Ist das schon so ein bisschen einfacher zu antizipieren? Oh. Voll, voll übrigen Kollegen drüber geschoben. Ja, klasse. Vielleicht möchte ich mal... Oh. Das war das, äh, die falsche Taste. Äh. Oh, warte. Ach, RB war das. Ja, warte. Hey. Bitte was? Haltet bei Gefü... Ach so. Ach, du musst erst mal die Anzeige auffüllen. Ich dachte, du startest die Anzeige dann. Ja, lass mal hier so ein bisschen... Hat halt geringere Reichweite, ne? Macht aber schon halbwegs gut Schaden. Ich liebe das. Ach, und die Anzeige sinkt da auf. Also, du musst doch schon gut draufhauen. Ist das... Nein. Wie kommst du da bitteschön hin? Ningga, da i grüßt sie. Gott, haben wir mit Kartoffeln? Das ist auch schnieke. Vielleicht von hier oben komplett durchbrechen. Ich bin etwas... Etwas serviert. Nicht, äh, großartig, aber immerhin so weit, dass ich sag, what a trick. Okay, hier waren wir noch gar nicht. Oh. Erstmal die zwei hier loswerden. Ich glaub, ich geh dann wirklich mal hier. Das ist nämlich schon wieder so ein Kampfraum, ne? Ja, klar. Stark, dass wir den da einfach so rübergeschoben haben, ne? Hat der mich echt getroffen? Wahnsinn. Das war's. Leidenschaftlichen Kuss erhalten. Oh, oh, oh. Ein Stück Stoff, mit dem sich Hochheilige die Hände reinigen, nachdem sie geküsst wurden. Aha, das ist der Kuss, den wir für die komische perverse Hand brauchen, ja? Ja. Ach, da haben wir jetzt die Abkürzung hierhin geschaffen. Ach, und hier kannst du dann noch weiter. Also irgendwas muss ja dann hier noch sein. Ach, süffeln wir mal. Ich hab heute extra, ähm, Hannibal-Hörnchen mitgenommen. Was, das ist japanisch? Was ist japanisch? Sushi vom Körper, oder was? Ich bleib' da da, ich, ich mag die Waffe immer noch am, am meisten. Also links, links, links und dann, äh, hoch rüber. Ich kann's auch einfach so rüberjumpen, ne? Ihhh, was Ihhh? Ich hab' Leute gezahlt dafür, gutes Geld. Fast getroffen ist auch daneben. Ja, da musst du von da oben irgendwie durchbrechen. Ups, den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so machen. Oh. Ich liebe diese Animationen. Und diese nicht. Also haben sie ein bisschen mehr Reichweite als der Kollege. Ah, da oben hängt schon wieder was. Das könnte man aber auch irgendwie... ...falsch verstehen, oder, oder irgendwie falsch aussprechen, ne? Ja. Ja. Dann giften wir den Halt von hinten um. Oh. Warum hat's hier grade... ...so die Kamerafahrt gegeben? Ach, den musst du da durchjallern. Ja, okay, okay. Ich erinnere mich. Ich bin zu spät. Zu spät, ja. Aber immerhin erinnere mich weg. Ähhhh. Ich hab' kurz überlegt, ob wir nicht... ... erstmal von rechts irgendwo, ähm... ... also, ne? Von, von hier so lang wollen. Aber nein. Kann ich da obenrum abkürzen? Ähm. Ich fürchte fast, dass das egal ist, wo wir rumlaufen. Weil wir ja auch, ähm... ... alle Gegner respawnen haben lassen, ne? Wie kann ich hier hinsetzen? Die oskure Kuenkas de tu Kranio, ja. Achso, das kennen wir schon, ne? Ja. Nicht souverän, aber selten. Ja. Ah. Den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, äh... ... triggern. Okay. Hier waren wir scheinbar noch nicht. Viel Spaß in der Pupswolke, gullig. So, einmal dahinter schieben. Und... ... es wirkt schon nicht mehr... ... auf ihn. Ah. Das war gerade noch so. Ja, das war jetzt auch nicht unbedingt schwierig, ne? Rumsbums. Gut. Kann ich da einfach hinterher jumpen? Tschau, ne? Oh. Nicht so, wie eigentlich gedacht. Dann fangen wir... Dann fangen wir... Dann fangen wir den Stream und auch, im Prinzip, die Folge gleich mit ne weiteren Bosskampf an. Sehr cool. Sehr cool. Sie macht ein bisschen Angst, sie wirkt relativ schnell. Dann fangen wir jetzt mit meinem Acero, Penitente. Dann fangen wir jetzt mit meinem Acero, Penitente. Dann fangen wir unsere carne in sagraten Kastigo... ... in einem Tapiz von sangre und oro. Genallen kann ich irgendwelche Pferde verteilen. Ich weiß nicht, wie wohl... Acero. das ging flott ja also runterfallen nicht erlaubt du bist gar nicht vorbereitet ist sicher jetzt was böses ja lass mich ich kann das kaputt moment ich weiß nicht was du mal vielleicht sollten wir hier unten speichern ich finde das super das ist gleich mal hier bitte der erste realitäts check das sind eingetroffen Ja, klasse. Oh, shit. Gut, jetzt ist es auch fast aus dem Leben geballert. Also, einmal speichern. Wir lassen das mit der Schulter mal. Ich weiß nicht, ich mag diesen Zauber. Ich versuche, mir hier noch die Inktbrunst ein bisschen zu erhöhen. So. Tach, wir sind es wieder. Immerhin quatscht es nicht mehr so. Wow, zu spät. Auch zu früh. Ich glaube, das ist eine gute Sache, dieses Ding. Ja, eigentlich hier weiter nach rechts zu stellen. Ich wollte es eigentlich in diese Richtung drücken, ja. Oh, da könntest du bestimmt auch. Ah, dass du da nicht runterfallen darfst, ne? Dass du da nicht runterfallen darfst. Wow. Nee, komm. Ich will da nicht mit weniger als Max live hin. Es ist bestimmt gut, in dem Bereich zu sagen, ich baue mir meine Giftschoße ganz an den Rand. Und eventuell auch dann ein bisschen nach unten schieben. Wenn die da auf ihren Seilen hängen, ne? Und die sie auch diesen anderen Move macht. Oh, Traf! Ah, mehr Glück als Verstand. Okay. Hallo, kommst du mal, oder? Dankeschön. Hüllen, du? Okay. Gibt es hier? Ah, jetzt habe ich das Ding echt weggeschoben. Ah! Erst reagieren, wenn man das Ding sieht. Okay. Ob nicht so am Rand stehen, ey. Ah, die hat bestimmt mehr als einen, äh, eine Phase. Die macht auch zu wenig Damage. Hat dir nicht gefallen da drinnen? Okay, hat trotzdem nicht, äh, gereicht zum Ausbrechen. Oh, oh. Die kannst du nicht, nicht antatschen. Das war auch mehr Glück als Verstand. Nein, 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 nein. Ich stehe wieder zu nah am Rand. Oh, wie kannst du denn... Das war irgendwie zu einfach, wenn man mal weiß, dass man nicht runterfallen sollte, oder? Na gut. Ab in den Abgrund. Mit ab in den Urlaub, Musik? Nee, 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 nee. Oh, kein, kein, oh, oh, ich kann das auch meinen, meinen Leichnam nicht einsammeln. Ja, super. Heißt, wir müssen wieder 2000 Öcken ausgeben. Ei, 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 ei. Die Weihrauchtäube. Mhm. Muss ich die Brüste zensieren? Falls das wirklich nicht. Ich bin die Brüste, die Frau von der Köln. Ich bin die Frau von den Köln. Von den Köln und der Köln. Von der Grana und dem Blanco. Oh, ja. Heute wird nichts mit dornem Zettel geschehen. Und mein Graz, der Acero, wird nicht wieder in die Luft geschehen. Mit einer sofortigen Kaligrafie von Platt. Penitente. Dass du das Milagro vorkommst. Ich bin hier. Klickt auf. Alles klar. Späbsi! Und wenn sie ihre Grathe mit unvermögenheit verletzten, sie verletzten ihre Willen, durch die lange Ausnahme. Erranding in ihre Recienz-Kreade-Kreade-Kreade-Kreade-Kreade-Kreade-Kreade-Kreade-Kreade-Kreade-Kreade-Kreade-Kreade-Kreade-Kreade-Kreade-Kreade-Kreade-Kreade. Das ist eine Potentiallygekrankung. Diese vierter incentiven sind seit der derС negligen peuvent sein, die sie kreaktiven relatives 못 werden. oder geschoen aus. Rques im Großen-Kreade aus. Nicht cool, aber hier. Die bloßig und roysten Sisовать mich. Es wird ein W śmel松 zu ansukaten. Öffne das Geheimnis zu den grünen Püren, dass ich dort, wo ich das schreckliche Sonne erwartet werde, das ich noch nie entspricht. Die Welt geht unter! Aber die Vögel da waren grad cool, ne? Ey! Da ist die andere wieder da. Warum gibt's da oben noch fünf Vögel? So. Erstmal den hier. Und jetzt kann ich mit dir reden. Und jetzt kann ich Gott sei Dank mit dir reden. Ihr Stichwort habt euch gezeigt. Und die Figur, die von den Testen veröffentlicht hat, hat endlich geblieben. Die drei großartige Figuren der Familie haben sich vor uns beobachten. Ja, genau. Scheine. Denn die glückliche Schönheit der Oberfläche der Stadt des Heiligen Namen gibt euch die Willen. Jetzt geht's. Dass die Frage nicht in euch die Veröffentlichung des Heiligen Namen gibt. So, hier ist noch ein Raum nach links. Warum ist solche in der Markierung gesetzt? Das werden wir gleich rausfinden. Ja, könnte sein, dass das mit diesen goldenen Dingern zu tun hat, aber wir gucken jetzt einfach mal, komm. Habe ich einfach nur vergessen, das Teil wieder wegzumachen? Oh! Weil angeblich wäre das hier, ja, nee, da war dann hier oben eine Kiste, okay. Markierung wechseln, löschen, fast. Wo war jetzt die andere Kusshand? War die in Mutter aller Mütter hier unten? Nein. Hier? Nein, das war, glaube ich, die Wiegenliedfrau. Das ist halt das Problem, ne? Ja? Oh, warte. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir nicht einfach so runterjumpen in dem Gebiet. Kannen wir da kurz nach links gucken? Ey. Das war jetzt so eigentlich gar nicht geplant, aber nehme ich. Ja, ich finde das super. Knack! Okay, da geht es dann noch nicht weiter. Du musst doch mal ganz kurz irgendwo speichern, ne? Okay. Ich denke ihm auch noch 60. Ich will da noch nicht hoch. 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 Oh, Scheiße. Etwas verschätzt und fast schon verreckt. Oh? Aaaaaaah So, ich komme hier rein in den Hagel meiner Waffe. Wir haben keinen Heiltrank mehr, das ist etwas ungünstig. Ich finde das immer noch stark mit dem... mit dem Giftkegel. Ja, das ist super. Also, Arma Runa, bitte. Haben wir geguckt, ob da ein Geheimraum ist bestimmt, ne? Ist keiner. Dinga, was ist denn Bakuman? Boi, der Gedingal. Ich kaufe mir jetzt einfach mal eine der Figuren. Danke schön. Mal gucken, was dann jetzt gleich der andere Kollege zu sagen hat. Da müssen wir jetzt mal... Oh! Oh, Mäse! Autsche! Zwei davon? Oh! Ich... Ich... Moment. Verdamm' ich doch, da sind meine fucking Gebiete da. Nein! So kann man es natürlich auch machen, ne? So kann man es natürlich auch machen, ne? Oh! 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 Oh!